Bis ein Kind trocken ist, verbraucht es im Schnitt 5000 bis 6000 Windeln. Und diese müssen entsorgt werden. Und zwar möglichst schnell. Denn volle Windeln haben die unliebsame Eigenschaft, einen extrem unangenehmen Geruch abzusondern. Spätestens wenn das Kind auf Beikost bzw. feste Nahrung umgestiegen ist, stellen die unerträglich stinkenden Windeln ein massives Entsorgungsproblem dar. Da in Windeleimern, die herkömmliche Müllbeutel verwenden, die Windeln nicht absolut geruchssicher gesammelt werden können, bleibt oft nur der häufige und lästige Gang nach draußen zur Restmülltonne, um dem Geruchsproblem zu entkommen. Dieser immer wiederkehrende Mehraufwand belastet nicht nur die Eltern, sondern am Ende auch das Kind. Das muss nicht sein. Mit den AngelCare Windeleimern ist jetzt Schluss mit unangenehmen Gerüchen und Schluss mit dem häufigen Gang zur Mülltonne. Die mitgelieferte Folienkassette enthält einen siebenschichtigen, antibakteriell beschichteten Folienschlauch mit Geruchsbarriere, bei dem weder Gerüche noch Keime und Bakterien nach außen dringen können. Die verschmutzten Windeln werden somit absolut geruchssicher im AngelCare Windeleimer gesammelt. Es existieren auch Windeleimer auf dem Markt, bei denen jede Windel einzeln eingedreht wird. Dies führt nicht nur zu mehr Aufwand, sondern zu einem extrem hohen Folienverbrauch. Da bei den Windeleimern von AngelCare nicht jede Windel einzeln eingedreht, sondern in einem Schlauchstück gesammelt wird, wird fünfmal weniger Folie verbraucht. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern auch ihren Geldbeutel. Eine AngelCare Nachfüllkassette ist besonders ergiebig und reicht für ca. 180 Windeln bzw. einen Monat. Die AngelCare Windeleimer überzeugen nicht nur durch einen optimalen Geruchsschutz. Dank ihres extra großen Fassungsvermögens von bis zu 57 Windeln sparen sie zahlreiche Wege zur Mülltonne. Zudem sind die AngelCare Windeleimer aufgrund ihrer ergonomischen Höhe besonders rückenfreundlich, sodass Eltern ihren vom Heben und Tragen ihres Babys ohnehin schon strapazierten Rücken schonen. Der AngelCare Windeleimer hält das, was er verspricht, und macht Schluss mit unangenehmen Gerüchen und Schluss mit dem häufigen Gang zur Mülltonne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017